Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, begrüßt euch zum Landwirtschaftssimulator 15, natürlich wieder auf Holzhausen und ich hab mir was gegönnt und zwar diesen schönen Schmidt-Anhänger, ist natürlich ein Mod und ich sage, ja, er sieht richtig nice aus, wirklich schöner Anhänger. Warum hab ich mir diesen Anhänger geleistet und nicht gleich einen anderen Trecker? Ganz einfach, der kleine Anhänger, das dauert mir alles zu lange, die, ja, Frucht, die ich hier noch in meinen sogenannten Silos habe, hier wegzufahren. So, eine andere Sache, was ich auch nochmal sagen wollte, ist, ähm, es war ja angedacht, dass wir die Community-Map so ein bisschen mehr zeigen, bloß ich hab immer irgendwie Probleme, dass mein Rechner, ja, wie gesagt, immer noch abstürzt. Keine Ahnung, warum wir spielen das und wenn ich alleine spiele, hat das Spiel irgendwie keine Probleme, ich hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. Gucken wir mal, erstmal muss ich hier alles wieder einblenden und mal schauen, was ich hier alles noch so wegfahren kann. So, Weizen hätten wir noch und, ja, Weizen. Und dann fahren wir mal Weizen weg und dann gucken wir mal, wie viel Geld ich habe und ihr könnt ja immer noch ein bisschen entscheiden, was für einen Trecker ich mir als nächstes kaufen könnte oder sollte. Kommt ja, New Holland, etc. Das ist immer so oft gewünscht. Und, ja, dieser kleine Anhänger, der jetzt da schön gemütlich rumsteht. Also, der Plan ist, dass ich hier auf jeden Fall grundsätzlich fast alles nur Mod-Fahrzeuge hier am Start habe und jetzt werden wir, wie gewohnt, erstmal schön gemütlich hier die oder den Weizen hier wegfahren. Mal sehen, wie viel Folgen es überhaupt in Holzhausen gibt. Und ich hoffe, dass nicht der Landwirtschaftssimulator das Problem von meinem Computer ist. Ich habe es ja extra weggeschickt, den Rechner, dass er hier endlich mal wieder ordentlich läuft. Nicht ohne Probleme. Ich weiß, ich hoffe nicht, dass es irgendwie ein Hardware-Problem ist, weil komischerweise den Eurotrack-Simulator habe ich im Vorfeld, ja, äh, endlich Videos gemacht mit Mods und etc. Aber immer, wenn ich mit den Jungs Landwirtschaftssimulator zusammen spielen möchte, dann scheißte doch gewaltig, hab der Rechner. Und, ja, kann ja mal, wenn ich es nicht vergesse, mal ein Bild einblenden, was für ein Fehler da so auftaucht. So, vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen. Ich habe es ja, wie gesagt, ähm, schon mal durchtesten lassen. Das ist halt nicht so einfach. So, jetzt wollen wir mal die Frucht mal wegfahren hier. Zur Weifeisenlippe. So, jetzt laden wir ab. Ey, sieht das nicht nice aus? Sieht das nicht nice aus? Schön. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Geld ich jetzt habe. 68.000, das sieht doch gut aus. Für 68.000 kann ich ja irgendwann mal schon was Schönes kaufen. Also für mich ist jetzt das erste Mal auch für ein Test, ob das jetzt wirklich hier an diesem Spiel liegt. Heute haben wir, wie gesagt, den Freitag, den 13. die Leute, die das schon gesehen haben, also meine ganzen Eurotrack-Videos, da habe ich ja auch alles am Freitag aufgenommen, weil ich heute auch nur Zeit habe, alles vorzubereiten. Es kann ja durchaus sein, dass ich meinen Rechner, wenn das Spiel hier auch abscheißt, auf jeden Fall, ja, nochmal wegbringe und die sollen es dann explizit auf Hardware testen. Und ja, ich möchte eigentlich noch nicht neu investieren, erst nächstes Jahr, also 2016, wenn die neue Grafikkarten-Generation am Start ist, weil es kann ja durchaus sein, dass es an der Grafikkarte, an dem Mainboard oder dem Chip liegt. Und das kann ja so vieles sein. Und dann hätte ich gesagt, okay, ein bisschen Money in die Hand und dann wird alle drei Komponenten neu gekauft, wenn jetzt die neue Grafikkarten-Generation auf dem Markt ist von Nvidia. Ja, ihr wisst ja, dass ich, wenn denn Nvidia hole. So, dann fahre ich den Anhänger mal ordentlich weg. Ich müsste auch mal den Trecker mal ein bisschen sauer machen, ne? Sieht ja scheußlich aus. Ich würde mal überlegen, wo habe ich überhaupt das Teil hingestellt zum sauer machen. Habe ich das überhaupt schon gekauft? Achso, rückwärts fahren, dann muss ich ja nochmal die Leertaste nochmal drücken. Aber verwechseln das immer. Vergesst es auch immer wieder. Hier dachte ich eigentlich, dass ich hier den... Habe ich den noch gar nicht gekauft? Zum sauber machen? Eigentlich schon. Oh. Ein Kratzer. Ach, hier ist er ja. Fangen wir den mal ein bisschen näher ran jetzt und machen den mal ein bisschen sauber. Mal schauen. Oh, oh, oh. So, steigen wir mal aus. Holen wir mal das Teil hier und machen den Trecker mal sauber. Ja, es kann ja nicht so sein, dass wir hier mit so einem dreckigen Trecker hier rum agieren. Ne, das geht ja überhaupt nicht. Den neuen Anhänger auch noch ein bisschen sauber machen, ne? So, so, so. Ja, mal schauen, wie es dann aussieht. So. Ach, komm, weg gerne. Motor läuft noch. So, ach, herrlich. Das sieht ja schön aus. Sauber. Sauber. So, den werden wir jetzt einfach... Oh. Den werden wir jetzt einfach da mal stehen lassen. Wir gucken jetzt einfach mal auf ein Feld, was da noch so... Ah, ach, noch gar nichts so. Uiuiui. Aber wir könnten dieses Feld hier kaufen, aber da ist ein Häcksler, bräuchte ich. Hm. Dafür reicht das Geld nicht. Und da vorne... Das ist, glaube ich, auch noch nicht reif, ne? Ne, das ist auch noch nicht reif. Wir gehen mal ins Menü und schauen uns mal an, ähm, welche Felder jetzt hier in der Nähe reif sind. Ui, 31 ist kurz davor. Aber, wie ich sehe, ist das alles noch ein bisschen zu weit weg. Hier ist ja mein Hof. Hier ist 17, das habe ich gekauft. 15, 16, hm, das ist alles noch zu weit weg. 24. Wir fahren mal zu 24, gucken mal, was da oben ist. Aber eigentlich müsste mir das das System doch sagen. Das ist... noch gar nichts, oder was? Raps. Hm. Naja, das ist blöd. Könnten ja sowas machen, wo man dann mit einem Mauszeiger rübergeht und sieht dann, aha, hier ist Raps auf so und so viel Prozent. Ja, fertig. Feld 16 ist auch unsers, oder was? Jetzt muss ich mal einblenden lassen. Großfeld 16. 16 ist doch hier. Ach, das ist hier Feld 16. Ja. Aber ist natürlich noch nicht fertig hier, ne? Feld 16. Das wächst noch. Gut, dann werden wir mal die Zeit ein bisschen schneller machen. Und, ähm... Hoffen, dass es jetzt so schnell wie möglich wächst. Fahren wir mal wieder zurück zu unserem Hof. Und dann schauen wir uns mal an... Oh, nein, nicht durch die Frucht, nicht durch die Frucht. Ich hab vergessen, die Leertaste zu drücken. So, fahren wir wieder zurück. Und schauen uns mal an. Vielleicht können wir uns ja noch ein paar Tiere holen. Ach, Tiere sag ich schon. Ähm, Fahrzeuge. Ich hab ja ein paar Mods runtergeladen. Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich hab da schon mal im Vorfeld gesagt, dass ich, ähm... überlege, schon mal ein paar Fahrzeuge zu organisieren. Warte mal, warte mal. Wir schauen uns mal die Rampe hier an. Wie teuer ist so eine Rampe? Oh, die können wir uns doch kaufen, oder? Ja, klar. So, C. Ey, geil. Da können wir nämlich hier unser ganzes Zeug dann verkaufen. Und hier ist auch so... Aber das ist, glaube ich, zu teuer, ne? Warum will ich das jetzt nicht anzeigen hier? Bist du denn doof? Warum willst du das nicht anzeigen? Naja, ist egal. So, fahr mal den Trecker jetzt ordentlich in den Hof rein. So. Mehr Fahrzeuge habe ich erstmal nicht. So. Motor aus. Na, los, Motor aus. Alles klar, jetzt habe ich es hingekriegt. So, wir gucken mal. Was ich mir als nächstes holen kann. Das sind ja, wie gesagt, die ganzen Fahrzeuge. Guckt euch mal an. Ich habe 64.000 Euro. Hier, das ist dieser Schmidt. DK 180. Und hier könnte ich noch von, äh, Fliegel einen Anhänger holen. Und da seht ihr auch, ähm, ich kann auch großenteils alles, ja, beladen, ne? Das ist halt schon ganz gut, dieser Küpp-Anhänger. Und das sind die LKWs. Das sind, wie gesagt, MRN, Iveco, Scania. Von Fliegel auch noch ein Trailer oder ein Anhänger. Da würde ich ja sowas hier auch gerne nehmen. Könnt ihr mal reinschreiben. Also, wir haben, wie gesagt, ähm, drei LKWs zur Auswahl. MRN, Iveco und Scania. Ich denke mal, da werden viele auf Scania tippen. Und dann, äh, welchen Anhänger? Entweder den hier oder den. Ich denke mal, eher den Fliegel, ja. Ach, sind die alles Fliegel? Äh, dieser Tandem-Anhänger. Dreh, Schmier, ach, was weiß ich hier. Hier haben wir noch ein bisschen Gewichte. Das wäre auf jeden Fall auch mal schön, wenn wir von Klaas so ein Gewicht nehmen. New Holland, das ist auch so ein New Holland-Pack. W170. Das hier auch. Was sind denn das für Dinger hier? Mhm. Ja, das war's dann eigentlich. Nee, ich müsste doch noch mehr Mods haben. Ach, so, dieser Pfad. Das ist ja hier dieses, ähm, für Vorbesteller. Die kriegen dann halt diesen Mähdröscher. So, aber guckt euch mal an. Ich hab hier auf jeden Fall, äh, ein Glas und ein Fendt. Ein Fendt hätte ich ja auch richtig Bock. Guckt euch mal an, was für eine Riesenteile das sind. Und, äh, wie teuer die auch so, ja. Boah. Also geplant ist auf jeden Fall mal so einen riesengroßen Fendt zu holen, ja. Das ist schon mal richtig nice. So, das war's dann eigentlich. Was ich so an Mods habe. Ihr könnt unten in den Kommentaren dann einfach mal reinschreiben, welchen Mod ich mir denn holen soll. Wie gesagt, hier ist es erstmal nichts weiter an Fahrzeuge, die ich jetzt hier nehmen kann. Das Feld braucht nämlich auch noch eine ganze Weile. Da werde ich jetzt, hä, war ich jetzt was ihr hört hier? Dieses Feld, aber ich hätte auch Bock auf das Feld hier. Weil es scheint ziemlich groß zu sein. Zum Anfang hier ist auf jeden Fall noch nicht so viel los. Die Nacht kommt ja jetzt auch langsam. So. Das kostet 80.000. Und das hier kostet bestimmt noch mehr, ne? Hör, scheiß die Wand an. Oh, jetzt kommt lange in die Nacht. Wir werden mal schauen, was die Hühner machen. Hier kann ich auch noch ein paar Sachen abliefern. Hier auch. Hm, muss dann erstmal selber ein bisschen gucken. So, ein paar Eier liegen hier rum. Aber die muss ich, glaube ich, hier nicht füttern. Wenn, dann... Muss ich mir überlegen, wo. Hm. Also, wie gesagt, geplant ist, zwei Videos die Woche von Holzhausen. Und dann auf jeden Fall ein Video Multiplayer. Ja, ich hoffe, dass bis dahin mein Rechner doch irgendwo wieder stabil ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier eine Waage. Und... Ja. Das ist es eigentlich. Mehr kann ich ja eigentlich gar nicht machen jetzt. Ich muss jetzt wirklich abwarten, bis ich auf jeden Fall hier abernten kann. Dass ich wieder ein bisschen Geld mache. Ich will ja ohne Sheets und etc. Vielleicht werde ich jetzt einfach mal für mich hier eine Runde rumdödeln und mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Ich könnte mir ja auch ein kleines Feld hier holen. Hm. Aber hier ist ja überall was drauf. Ich kann... Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Wie teuer ist das Feld? Das 18er. Weil wenn ich mir das 18er hole und vorne das Teil hier rauf packe, ähm... Um hier doch ein bisschen zu häckseln. 65.000. Würde sogar funktionieren. Dass ich mir... Dass ich das hier komplett abhäcksele. Also, ähm... Vorne mit so einem Front-Häcksler. Und wenn ich das dann habe... Oh, jetzt hat er... Jetzt hat er es mir angezeigt. Hier, guck er an. Aha. Hm. Ich glaube noch nicht, dass ich das mache. Äh, ich werde erst mal hier das nächste Mal, das erste Mal, ähm... Ja, abernten. Und dann, äh... werden wir auf jeden Fall weitersehen. Und so lange... werde ich hier erst mal gucken, wie es hier wächst. Mit den Worten, macht der Maximus erst mal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.